servus liebe build of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal hier seid ihr ja dabei bei einem wunderbar tollen video das sehr sehr spannend ist aber ein quasi vergleich bringen soll ich will das irgendwie in richtung weiß ich nicht duel of wheelchairs oder so nennen letzten endes soll es darum gehen welche klasse welche rasse am schnellsten durch world of warcraft reisen kann dazu vorab ein paar regeln ich habe mir jetzt hier ein spot ausgesucht wo ich relativ geradeaus laufen muss bis ich diese zone erreiche habe dafür diesen quest marker genommen dass es ungefähr ein kilometer ist ich werde jetzt am anfang keine beschleunigenden oder sonst irgendwelchen effekte nehmen weil ich bin mir ziemlich sicher mit reisegestalt und spurt wäre ich deutlich schneller da aber heute widmen wir uns dem droiden einmal zandalari wie schnell läuft er als solcher danach noch was kann man maximum mit dem droiden rausholen und dann würde ich sagen kann man am ende wenn das lustig ankommt mit anderen klassen dasselbe machen und wir krönen den ultimativen wheelchair von world of warcraft in diesem sinne würde ich sagen gar nicht lang schnacken marschiert der mehrbär jetzt erst mal los und gucken wir mal wie schnell er die kilometer oder den kilometer hinter sich bringt die ersten 100 meter scheppert er in 13 sekunden runter nicht super fast also ein usain bolt ist es schon mal nicht aber muss er auch nicht alles zu seiner zeit und ich würde sagen aus nettigkeitsgründen bieten wir das ganze an dieser stelle doch mal eine kleine ecke ab und gucken uns an welche zeit er dann am ende geholt hat ungefähr zwei minuten zwölf in den letzten metern ist der marker weggegangen deswegen habe ich es anhand der zeit von den vorherigen 100 metern noch ein bisschen weiter laufen lassen also zwei minuten zwölf braucht mehrbär braucht der zander lari troll für einen kilometer das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht ne aber ich bin mir sicher jetzt als droide kann ich doch da die zeit noch ein wenig weiter runter peitschen und mal schauen wie schnell wir da sind nächstes mal könnt ihr mal schreiben in die kommentare welche klasse als nächstes dran soll wenn für alles offen habe alles am start was noch ganz wichtig ist was wir bei diesem versuch nicht verwenden ich sag's noch mal falls schon getan habe keine pakt fähigkeiten die euch schneller machen sprints und so weiter alles was da ist kann eingesetzt werden ja wenn zum beispiel wie die case eine reitaura oder sonst was kann auch eingesetzt werden sehr gerne wobei bringt ihnen da ja nichts weil sie laufen alles was den movement speed letzten endes erhöht das ist in ordnung was euch selber laufen lässt und euch dabei schneller macht was nicht erlaubt ist ist dann sowas wie keine ahnung wir wären zum beispiel wie disengaging beim hunter und machen hier so geschichten das das nehmen wir nicht mit rein das nehmen wir nicht mit rein soll einzig und allein um die laufgeschwindigkeit gehen bzw die maximal schnellstmögliche zeit die drin ist so jetzt schauen wir noch mal was bringt mir die 40 prozent erhöht was muss gerade mal gucken welche welche geschwindigkeit schneller ist die katzengestalt bewegungsgeschwindigkeit um 30 prozent erhöht also ist es höchstwahrscheinlich besser die meiste zeit in der reittiergestalt zu verbringen aber für den spurt in die katzigestalt zu switchen also zwei minuten zwölf to beat gucken wir mal in wie viel zeit das kätzchen den kilometer runter knallen kann wir setzen die uhr auf null oder generell der druide auf die plätze fertig los jetzt gehen wir direkt auch schon auf den spur drauf der gibt uns halt erst mal insane speed und die ersten 100 meter haben wir schon richtig durchgeprügelt 200 meter in 15 sekunden ich glaube das wäre so ziemlich ein neuer rekord und jetzt wieder in die reittiergestalt zurück da die schneller ist als die katzengestalt per se und dann bin ich mal gespannt zwei minuten zwölf sind zu schlagen und das fühlt sich auf jeden fall schon sehr viel schneller an na mal gespannt wie sich das auswirkt bei so klassen oder warum ich es interessant finde ist dann eigentlich ja so weil du ja beim decay sagst auch der wheelchair kommt wieder als letztes sind es wirklich diese klassen wo man immer drüber lästert dass sie mit abstand am langsamsten sind oder i don't know sind vielleicht doch noch überraschungen dazwischen die eine ecke ja langsamer sind so wir sind auf den letzten metern und ich würde sagen hier ist stopp eine minute 13 damn das war fast das war super fast eine minute 13 damit knapp eine minute unter dem normalo zandalari trollgang und damit führt der druide die rangliste auch erstmal an ich bin gespannt ob es da noch klassen gibt die da rankommen können mit movement speed ja zum beispiel beim mönch sowas wie fliegender schlangen tritt und so ein gedöns wäre halt auch verboten und das nur mal so zu sagen wenn man jetzt noch mal schaut wir haben für 1000 meter 1 eine minute 13 gebraucht glaube ich das wäre auch ein echt ziemlich guter wert und ja so ist es dann letzten endes auch wir haben hier die erste tabelle unserer kleinen wheelchair runde nenne ich es mal ich habe separate spalten für rassen und dann noch mal für die einzelnen klassen es führen welch wunder der zandalari troll mit einer zeit von 2 minuten 12 auf 1000 metern macht eine geschwindigkeit von 73,3 kmh der druide war mit 1,13 unterwegs 49,3 durchschnittsgeschwindigkeit und hätte ich glaube ich ein bisschen früher in die reisegestalt zurückgeswitcht hätte ich da bestimmt noch ein oder zwei sekunden abknapsen können also druide fast as fuck ich bin mal gespannt ob es da andere klassen geben wird die den da einholen können schami könnte ich mir recht schnell vorstellen bei allen anderen klassen wird es halt schwierig weil so sachen wie blinks und so sind halt auch nicht erlaubt gucken wir mal schreibt mir mal gerne in die kommentare was ihr davon haltet welche klasse als nächstes dran kommen soll und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen quatre vier 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 습니까 v I